Hallo zusammen, ich grüße euch ganz herzlich. Jetzt ist es bald soweit, genau in einem Monat. Am 26. Mai feiern wir mit vielen anderen wunderbaren Künstlern gemeinsam in Köln am Tanzbunden unser erstes Original-Egeländer-Festival. Ich freue mich riesig drauf. Sichert euch die Tickets, es gibt schon viele Menschen, die sich dafür interessiert haben. Und was kann es Schöneres geben, als in der jetzigen Zeit einfach gemeinsam Freude zu erleben. Untertitelung des ZDF, 2020